hallo zusammen heute zeige ich euch ein weiteres produkt aus der normfest protect serie unsere neue cockpit pflege new look protect generell ist es der firma normfest extrem wichtig alle protect produkte so zu entwickeln dass bei der verarbeitung von ihnen das geringste gefährdungspotenzial für mensch und umwelt entsteht und nur dann dürfen die produkte das protect siegel tragen new look protect ist nicht nur ein cockpit pflege spray sondern auch ein besonders mildes reinigungsmittel für alle gummi und kunststoffteile im fahrzeuginneren die besonderheit von new look protect ist es ist absolut silikon und lösungsmittel frei und schont somit die oberflächen ich bin ziemlich pingelig bei dem auto putzen aber das auto von meiner frau sieht fürchterlich aus und aus dem grunde würde ich vorschlagen wir gehen jetzt mal gemeinsam rüber und gucken uns das an denn das hat es bitterböse nötig mit der neuen cockpit pflege new look gepflegt zu werden so da kommt mal mit ich zeige euch mal das auto ich glaube nicht dass ich untertrieben habe vor der verwendung von new look protect ist es wichtig das produkt einmal durchzuschütteln meine persönliche empfehlung ist es das cockpit pflege spray direkt auf das mikrofasertuch zu sprühen new look protect kommen wir auch über kopf verarbeiten ein weiterer vorteil ich kann damit ebenso kunststoff als auch gummiteile reinigen und pflegen so ich hoffe ich konnte euch überzeugen von unserer neuen cockpit pflege new look protect mir hat das ganze wie immer riesengroßen spaß gemacht ich freue mich schon mal aufs nächste mal bis dahin macht's gut weitere informationen zu unserer cockpit pflege new look protect finden sie in unserem online shop unter www.normfest-shop.com Auswirkus